Musik 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 Das ist schwierig. Aber so diese Lenkung von den 05ern aus dem 60er, Anfang der 70er Jahre, wo die 06 kam, diese Lenkung-Unterstützung, die hätten wir doch auch nicht. Die Nummernschilder stimmen natürlich nicht. Aber Minden stimmen schon. Auf die Nummer habe ich in 35er zugelassen. Ich habe die richtige Nummernschilder, also rote Kennzeichen, habe ich hier drinnen liegen. Das brauchen wir hier nicht. Wir haben auf dem Tieflader hergebracht, alle beide. Und der läuft ja umso langsamer dafür. Das ist ein schönes Gespann, den vom Tieflader und den hinten drauf. Ja. Das ist ein schönes Gespann. Untertitelung des ZDF, 2020